Wir haben einen wirklich sehr düsteren Part hinter uns. Arcadia Bay hatte einen grauen Tag, denn Kate wollte sich vom Dach stürzen, beziehungsweise hat sich sogar vom Dach gestürzt, aber aufgrund unserer Superheldenfähigkeit oder was auch immer wir können, haben wir es geschafft, Kate zu überreden. Wir sind zu ihr aufs Dach gekommen, bevor sie sich runterstürzte und nun müssen wir gucken, wie es weitergeht. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut und willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange. Holy Shit war der letzte Part ein Krimi, ein absoluter Krimi, wo wir Kate davor bewahrt haben, eine Dummheit zu tun und zwar vom Dach zu springen. Ihr habt mir einige Kommentare geschrieben, dass ich anscheinend alles richtig gemacht habe, weil es gibt anscheinend auch Szenarien, wo sie vom Dach springt. Von daher bin ich wirklich sehr, sehr froh. Conan hat zum Beispiel geschrieben, dass irgendwie eine Frage mit einem Bibelfers kam, die wohl irgendwie, ja, unangenehm wird. Es ist krass, ich hätte nicht gedacht, dass Life is Strange doch so viele unterschiedliche Szenarien hat. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, von daher sehr überraschend. Aber wir hatten hier eigentlich sehr viele interessante Möglichkeiten, die wir wählen können. Und zwar hatten wir im letzten Part ja genommen, David hat sie gemobbt. Sorry dafür, Freunde, aber naja, sie hat mein Toastbrot so komisch angeschaut. Und Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Weil das würde ich mir noch ganz gerne angucken, was bei diesem Szenario passiert. K.O.-Tropfen. Ah! Ah! Oh! Wohooo! Entschuldigung! Geil, diga! Ich kann meine Kraft wieder einsetzen, genau, damit wir halt die anderen Szenarien so an sich, äh, noch nehmen können. Okay, sehr interessant tatsächlich, okay, aber ich glaube, das lassen wir stehen, weil... Ja, ich hatte mich eigentlich für dieselbe Sache entschieden, aber... Das finde ich halt viel besser! Sehr, sehr gerne, Meister, bei sowas bin ich immer am Start. Ja, guck ruhig böse, Mann. Was willst du machen? Papi, ich werde von der Schule geschmissen! Hol deinen teuren Anwalt! Ich muss mit meinem Porsche Carrera wegfahren! Oh, Mann! Digga, 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 digga. Oh, das gibt richtig Beef, ey. Das wird richtig Stress geben, aber ist mir egal. Es war in der langen Bewegung, als ich ihre Hand nahm. Und dann fühlte ich, dass sie meine. Max! Das war die größte Sache, dass ich noch nie gesehen habe. Ever! Du riefst, sie riefst, 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 riefst. Wie ein Super Hero! Nicht ganz. Schau mal auf mich. Ich bin ein Biss. Du riefst. Seriously, ein Human Halo. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Wände hast, heute. Ich bin noch immer über Kate. Sie versucht sich selbst zu töten. All über ein Video. Viral ist die richtige Sprache. Wie eine Krankheit. Wie eine Krankheit. So hast du es gesehen? Just eine. Eine und eine halbe Mal. Lauren. Ich will nicht, dass es witzig ist, aber... ... es ist etwas Ominösses passiert bei Blackwell. Heute prüfen sie das. Und ich arbeite daran, dass Kate Marsh mit Rachel Amber verbunden ist. Irgendwie. mit Nathan und Mr. Madsen. Ich bin kein großer Conspiracy-Gall. Aber ich würde mich nicht wundern. Nathan hat mich gestern gestern. Und Madsen ist ein straight-up-Dick-Head. Also... Was denkst du wirklich passiert? Hm. Gewisse Dinge. Oh, was passiert denn jetzt schon wieder? Das Wetter konfirmt diesen witzigen Tag. Ich fühle mich das chill. Max, es gab keine Eclipse-Schedule heute. Ich würde wissen. Ich würde. Und ihr wird auf einmal sehr kalt? Hey! Ich weiß nicht warum, aber... Sorry! Ich... Ich finde Warren komisch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde... Irgendwas hat er. Irgendwas stimmt mit diesem Jungen nicht. Ansonsten würde ich sagen, das ist voll süß. Aber irgendwas in mir sagt, da ist was faul. Und das ist nicht nur meine Küche mit dem schimmeligen Essen aktuell. Sondern... Irgendwas an den Jungen ist faul. Digga. Das ist wie so eine schlechte Highschool-Serie. Oh, was passiert zwischen den beiden gerade? Sind wir jetzt mit der zweiten Episode bereits durch? Scheint fast so, oder? Weil die erste Episode hat ja so ein ähnliches Ende tatsächlich. Oh! Hier hören wir wieder die Dämonetarisierung, aber... Ja, ist voll in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Was macht er da? Achso, die beiden reden. Okay. Okay. Ich muss eigentlich mal auf den Text hören, da... Oh! Keep it from living underground Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist schon echt sad, ne? Die Luftballons sind süß, die sind süß. Ich genieße einfach gerade den Moment, muss ich sagen. Und wir sehen zum Schluss immer wieder diese Aktenordnern mit den verschiedensten Namen, right? Okay, ich denke mal, das war die zweite Episode. Kate Was waren das für Pillen? Whisky? Ein Cuttermesser? Boah, ich finde es halt immer so schrecklich, dass erst immer... Ja, das war Episode 2. Okay, dann... Ja, Digga, die zweite Episode, war die kürzer oder kam mir das nur so vor? Ja gut, wann haben wir mit der zweiten Episode begonnen? Welchen Part? Das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Kann man das? Okay, man kann das überspringen, Gott sei Dank. Oh mein Gott, jetzt sehen wir hier die Entscheidungen, wie alle Spiele anscheinend gespielt haben. Sehr, sehr nice. Okay, also. Ich finde es halt so schrecklich, dass immer erst irgendwas passieren muss, bis sich irgendwas tut. Wie zum Beispiel hier das perfekte Beispiel, wie in der Schule. Wir haben davor gesagt, ey, Prescott, der Dude, hat Kacke am Dampfen, ist strange. Äh, große Anzuldigung, du sollst besser aufpassen und so. Jetzt stürzt sich Kate fast vom Dach und auf einmal wird sowas ernst genommen. Es ist... Boah, ich könnte kotzen. Aber leider ist es normal. Es muss immer erst was passieren, bis sich irgendwas ändert. Schrecklich. Aber wir gucken uns mal die Entscheidungen an. So, ähm... Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Du hast Kate gesagt, sie soll auf Beweise warten. Ja, okay, das hat auch die Mehrheit genommen. Finde ich gut. Äh, 18%. Ich habe zur absoluten Minderheit diesmal gehört mit... Du hast Kates Anruf nicht angenommen. Ein kleiner Fehler von mir. So, du hast versucht, Frank zu erschießen. Er hat mehr als die Hälfte genommen. Krass, dass es so viele genommen haben. Äh, 63% konnte Kate das Leben retten. 37% nicht, also eher die Minderheit. Und du hast Nathan beschuldigt. 71%. Boah, ich hatte das letzte Mal David beschuldigt, nur mit 12%. Alright. Krass. Aber wir gehören doch immer zur Mehrheit. Finde ich irgendwie nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Du hast deine Pflanze gegossen. Ja, haben wir auch. Du hast, äh, Elisha nicht geholfen. Ja, ist in Ordnung. Du hast den Link zu Kates Video weggewischt. 6% haben es nicht gemacht. Du warst nicht nett zu Taylor. Warum waren wir denn nicht nett zu ihr? Warrens Einladung angenommen. Du hast eine Nachricht geschrieben. Du hast an den Gleisen rumhantiert. Haben nur 32% gemacht. Okay. Ist eigentlich so instinktiv, was ich machen würde, oder? So, du hast Warren geholfen. 43% und du hast Mr. Jefferson von David erzählt. Okay. Cool. Dann, äh, achso, hier. Ah. Ach nein, ich tue mal vollidiot. Warte mal, Ergebnisse weltweit und Ergebnisse von Freunden kann man sich sogar reinziehen. Lol. Das ist ja super cool, dass sowas gesammelt wird. Feier ich mega. Oh, hier geht es sogar noch weiter. Äh, das sind wieder die weltweiten Ergebnisse. Irgendwas Besonderes noch? Ne, warte mal. Das ist jetzt schon... Das war jetzt schon was anderes. Okay, das ist der Trailer für Episode 3. Bruder, Five Nights at Freddy's. Oh shit, jetzt kommen die Horror-Elemente mit rein. Oh, wow. So, Chaos-Theorie Episode 3. Na dann würde ich sagen, let's freaking go. Fortfahren. Episode 3 habe ich ja auch mir zugelegt. Wie gesagt, ich habe halt das komplette Life is Strange gekauft. Zumindest im ersten Teil. Gucken wir uns nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung von dem ganzen Bums an. Because Max wants everybody to see how hip she is. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. We're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, give me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. Ich find's... Ich freu mich schon darauf, diese Kraft noch weiterhin zu sehen. Also quasi, dass wir uns wirklich bewegen können, während wir die Zeit anhalten. I believe you, Warren. I believe anything this week. Okay, okay. In dieser Woche kann man wirklich alles glauben, ne? Yep, alright. Ja, ne? Jede Episode hat nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Kann man halten von was man möchte. Ja, wähleweise. Das probieren wir definitiv zu befolgen. Mehr oder wenigerweise zu wählen. Je nachdem, wie unsere Mut ist. Und wir starten mitten in der Nacht, in the middle of the night. Let's freaking go. Square Enix Presence. Splatoon 7. Ich hab so lange nach einem Witz gesucht, ne? Aber mir ist echt nichts Lustiges eingefallen. Ist aber sehr cool. Allein da nachts lang zu gehen. Glühwürmchen. Holy shit. Ich glaub, in meinem Leben hab ich einmal Glühwürmchen in der vierten Klasse auf Klassenfahrt gesehen. Ist schon Ewigkeiten her. Okay. Ich glaub, äh, merkst du es ordentlich am Reinhascheln. Ich bin tatsächlich in der Vergangenheit auch öfter mal am Schreibtisch eingeschlafen. Äh, es gab halt viele Nachmittage, wo ich extrem müde war insgesamt. Und wo ich am Kappen war, da bin ich immer auf diesem Ding von der Tastatur eingenickt. 20 Minuten Powernap, danach ging's wieder. Wie ein Kanidchen? Seit wann haben wir ein Haustier? Okay. Da wurden wir von Albträumen geplagt. Ich würd sagen, es wird Zeit, Penn zu gehen, oder? Ich muss dir was zeigen. Triff mich vor am Campus. Ich wusste, Chloe würde all over this all over this. So, ich besser gehen. Okay. Hä? Das Ding ist, selbst wenn ich mein Handy laut habe und ich am Pennen bin, ich würd niemals davon aufwachen. Seit wann haben wir ein Kaninchen? Ah! Ehre, dass sie sich um Kates Kaninchen kümmert. Hä? Was war das für ein unnötiger Move? So, was ich drücken wollte, war eigentlich das hier. Und zwar haben wir in jedem Kapitel so ein paar Bilder, die wir machen müssen. Äh, Frage ist, wo ziehen wir uns das rein? Hier? Ja. Okay, von irgendeiner Statue, einem Eischhörnchen, ein Vogel, zwei Leuten, eine Ameise, okay. Probieren wir mal drauf zu achten, dass wir genug Bilder machen. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Wir haben mal wieder Zeit für unsere Routine, die Pflanze zu gießen. Hey! Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. Ah! Ich hätte nicht so oft gießen dürfen! Ja, Bro, woher soll ich das wissen? Digga, was? So, erstmal bei den steigenden Strompreisen das Licht anmachen, Kappi. So, wir haben hier den Spiegel benutzen. Nein, ich wollte den Spiegel benutzen! Okay, this is scary dark. Let there be... Kann ich nochmal zurückgehen? Ha! Geht halt echt! Vor allem wie düster die Stimmung auf einmal im Hausflur wird hier drin, voll harmonisch. Alles ist super, super, super cool. Und jetzt? Nobody... Ah, okay. Bad Ansehen, Fotos. Ich glaube, ansonsten ist ja hier nichts hinzugekommen, oder? Den Spiegel wollte ich benutzen. Okay, it's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Alright. So, World History, Algebra, Lunch, eine Stunde, Foto-Unterricht und dann Live-Drawing. Hä, Mittwoch ist ja voll nice. Digga, es beginnt um 10 Uhr? Junge. In anderen Ländern ist das Schulsystem einfach so viel besser. Wer weiß. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. I don't know. Ähm. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich hab echt vergessen, was ich sagen wollte. Was steht hier? Ich hoffe, du brennst wieder bald, Kate. Ich hoffe, du brennst wieder bald, Kate. Dafür ist mein Englisch zu beschissen. Ich versteh's bemüht. The Fox, alright. Naja, vorm Campus müsste sie irgendwo rumlaufen. Guck mal, das ist super nett von Brooke. Das ist wirklich super nett. Wir werden warten. Sehr, sehr süß. Okay. Das haben wir hier. Wherever you go, there am I. There I am. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Hm. Naja. Was willst du machen? Absperrband? Police. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. So much hypocrite. I'm sorry, we miss you. Blackwell is praying for you. Aber guck mal, wenigstens jetzt sind die halt alle nett zu ihr und nehmen die Situation ernst, ne? Das ist zumindest so eine Kleinigkeit, die ganz schön ist mit anzusehen an der Stelle. Jo, was geht? Das hoffe ich auch, dass sie sich beschissen fühlt. Taylor beschuldigen. Naja, ich beschuldige niemanden. Trösten. Ich kann. Ich bin so glücklich, dass sie nicht. Sind Sie okay? Ich bin so schockiert. Ich habe nie jemanden gesehen, die sich selbst zu töten. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass du so schockiert wäre, Oh nein! Werde kein Wort sagen. Wo ist sie hin? Hm? Und was ist jetzt passiert? Warte mal, Warren. Danke, Warren. Mein Umgang muss heute nach Ruhen. Warte mal. Ich muss dir nochmal was sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich stelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Du hast ja ein Abendessen auf meine Kosten verdient. Zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Hä? Es ist ja... Sneaky! Sneaky, wie er sie zu einem Date überredet. Sehr sneaky. Nathan wurde suspendiert. Heute ist ein guter Tag. Ich rufe dich nachher an, okay? Okay, unbekannte Nummer. Halt deine große Klappe. Warte mal. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Was heißt Emanzen? So, danke, dass ich unsere Blackwheelheldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hier flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine, okay? Ich würde das safe hinflüchten. Ich würde das safe hinflüchten. Yes, I have power, but Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time going through her shed. Yo, Digga, was geht eigentlich hier so ab? Come here. Wow. Okay, hi. Hi, Dana. 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 Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Wir sind alle verantwortlich. Sie war deprimiert. Victoria beschuldigen. Ja, wir sind irgendwie alle verantwortlich. Irgendwo. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Warum war sie auf dem Dach? Ich hatte Glück. Warum war sie auf dem... Ja, ich hatte Glück. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist kompliziert. I don't want to drag you into this, okay? Not yet anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Jo, bis dann, ne? Junge, 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 Junge. Ansehen. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich soll's tun, damit du mich nicht auf Ende wie ich hasst. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich Paw. Aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. I'm so a logan. Ha! Oh, shit. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Alright. Woher kommen die Geräusche? Waiting for you, Kate. Ey, alle. Das ist super cool, wie das alle hinschreiben. Kate just want you to know you and our thoughts, Stella. Das ist echt super cool, dass sie das alle hinschreiben. Also, wenn ich Kate wäre, ich würde mich zumindest... Ich kann mich nicht in ihre Situation hineinversetzen. Das ist eine Situation, das ist schwierig. Okay, ich glaube, ich habe mir hier drin eigentlich alles reingezogen. Von daher, wohnheim der Mädchen verlassen. Let's freaking go. Boah, das sind so faszinierende Tiere. Dann wird Zeit, zu Chloe zu gehen, oder? Wir setzen uns hin und genießen die Gegend. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Also, mit der Fähigkeit hast du natürlich riesige Vorteile. Das ist so. Also, das Unbesiegbarkeitsding kann man dir glauben. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ey, ich will ein Foto machen. Eichhörnchen? Darf ich ein Foto von dir machen? Mein Gott, daneben nicht. Oder muss ich das Eichhörnchen zu einer bestimmten Stelle oder so locken? Nee, da passiert nichts. Schade, Marmelade. Okay, das Tote Mal haben wir uns ja schon mal bereits reingezogen. Kaputte Lampe. Ja, Samuel ist eh der frühe Vogel. Max? Ja, chill doch. Mein Gott. Ja, hab ich vorhin auch gesagt, ne? Übelst faszinierend, die Tiere. Ja, und wie komme ich jetzt vorbei? Er sieht mich never ever, okay? Also, die Mission ist es jetzt, an denen vorbeizuschleichen. Was passiert denn, wenn ich einfach... Kate Marsh would just skip town? Now I have to deal with more pissed off entitled parents who want to blame me for their mistakes. Cheers. Ja, was ein Hund! Digger. Ja. Herr Kaffeeld. Du musst dich eher stäufig sein. Du bist nicht in der Zeit, du bist außerhalb der Dormitur, in dieser Stunde. Du kennst das. Ich bin sorry, Principal Welz. Ich bin noch nie. Ich dachte, ich habe heute noch nie, Kate. Ich habe heute nur noch etwas Zeit und Raum. Du, keine Reise. Sieg Kate kommen auf der Ruf. Dann sehen sie, dass sie unten mit dir sind. Danke! Keine Ahnung, kann ich ihn vielleicht weglocken oder so? Mit irgendeiner Anlage, irgendeinem Alarm, irgendwelchen Geräuschen? Das ist halt gerade wirklich Outlast, wie wir versuchen, also... Ah! Ah! Danke! Oh, eine Witze! Okay, der Tipp hat mir wirklich geholfen. Der Tipp hat mir wirklich geholfen, ja. Naja, da probieren wir es mal, ne? Bevor er aus der Tür rauskommt. Und jetzt gehen wir am besten zurück wieder. Ja? Achso! Scheiße! Ja? Wie weit muss ich dafür zurückspulen? Sehr, sehr weit! Holy! Okay, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Weeeeeee! Max, der Ninja, er schreit wieder! Bruder, we made it! Ja! Haha! Okay, we have it! Nice! Hätte ich gedacht, dass es so einfach funktioniert! Geil! Sehr, sehr cool! Aber, Digga, was war das für ein Kommentar? Ich wünsche, Kate würde die Stadt verlassen, damit er keinen Ärger bekommt! Bro, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben! Wenn du nichts machst, Meister, dann ist das nämlich so! Junge, das ist echt ein frecher Kommentar gewesen! Heilige Makrele! Oh mein Gott! Get it? Booyah! Like I'm a scary punk ghost! More like a scary punk asshole! Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof! I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend! Kate saved herself! I couldn't even use my power! My head felt like it was being crushed! Then I had no clue what to say to her on that roof! Don't be so modest, Rockstar! Kate is alive because of you! You obviously said the right thing! The near badass power is gonna save us all! We just need to connect the place! And find out who almost killed Kate! We have to stop this from happening to anybody else! Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Hoffentlich, nicht lustig! Chaos Theorie! Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos! Oh right! Except for your ability to... Oh yeah! Manipulate time and space? No biggie! Chloe, I just feel weird about some of my decisions! Especially after I just got Nathan expelled! Dude, do not even torture yourself like that! Let's focus on looking for clues, okay? Kate, Rachel, Rachel! We need to find out more about who Rachel was involved with around here! She was able to blend in with everybody! Even with people I hate it! And even though I don't know her... It feels like Rachel is guiding us to the truth! Fuck the truth! I just want to find my friend right now! It scares me to think where she could be! She... Do you think she's... Lebendig! Ich glaube, sie's wirklich lebendig! Alive? I have to think that, Chloe! Her spirit is so powerful here! Maybe too much power! Max, we have to find Rachel soon! We have to! I promise you we will! Like you said, it's time to start the search for clues! Now tell me what's your secret! Drum roll please! I present the spare keys to Blackwell! You are such a boss, Chloe! I just don't want you to get into any more trouble! Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay! At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max! You look like a kid in the school, right? I'm so glad you're my partner in crime! As long as you're my partner in time! Insert groan here! That's is really bad! The wits, oh wow! Haha! Haha! I like to celebrate that! I like people who have such a stump... ...Mor... 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 Thank you Victoria! I'm glad it had a relatively happy ending! I don't know what I would have done if Katie jumped... Katie? I... ...Had no idea you two were that close... ...Did she?... Well... ....HOW does this affect the every day heroes contest... It doesn't! The contest is still a GO, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell! I've got all the photos, except one from... ...Max... I'll give you a one-word sneak preview! Was für Max? Selfie. Listen, du hast gesehen meine Entrie. Du wirst wissen, dass es besser ist. Wann nicht das so cool, dass du mit dem San Francisco zusammen zusammengehst? Stich mit Mr. Jefferson, Victoria, bitte. Und ich habe noch nicht gewonnen. Du hast schon sehr liebte Arbeit. Du bist schon so liebte meine Arbeit. Also ist nicht so wie du spielst du mit meinem. Warte mal, wenn du mir eine Foto habe. Wir haben uns viel Zeit zusammengefasst. Was ging zwischen den beiden, hä? Digga, was zum heiligen Bimbanius ist da passiert? Vorsichtig, vorsichtig. Ja, das merkt man schon, ne? Finden wir es heraus, alright. Freunde, finden wir es heraus, was genau für kuriose Dinge passieren oder gerade passiert sind. Und I don't know. Okay, dann gucken wir uns mal an, was hier in der Schule so ist. Freunde, an der Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Heftig, was an dieser Schule vor sich geht, was heute schon wieder für Dinge passiert sind. Und von daher sage ich mal, danke fürs Zusehen. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-Generalmember. Kuss, kuss, geht raus und lasst gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Part von Life is Strange. Bye, bye. Ruuuude. Die nächste Phase des Spiels.